Ich hab 10 in 2, Aufnahme 2, Deck 1. So, musst du das sein? Jack Dickens, es kommt heute Abend. Ich möchte dir ein paar Fragen stellen, wegen dem Hosenstein. Jack Dickens, es kommt heute Abend. Es geht so. Oh mein Gott, es ist gerade unerwartet. Es geht so. Es ist gerade passiert. Nein! Jack Dickens, es kommt heute Abend. Ich möchte dir ein paar Fragen wegen dem Hosenstein stellen. Ja. Schön, es geht so. Jack Dickens, es kommt heute Abend. Ich möchte dir ein paar Fragen stellen, wegen dem Hosenstein. Ich muss jetzt mal schauen. Ich muss jetzt mal schauen. Was ist der jetzt? Ich weiß es nicht mehr. Nein du! Fett so. Fert so. Fert so. Fert so. Fert so. Fert so. Fert so. Geräusch! Hast du das gehört? Das ist Holzenstein. So ein Fehler, Franz. Fehler, Franz. Ich sollte... So was vielleicht machst du? Ja. Und ich schwenke dann einfach auf dich, damit man den nicht mehr sieht. Dann kann sie nämlich grinsen. Das ist super. Also sagen wir mal. Dann können wir den Pool selber machen. Wir οßen und bis dann noch mal ein paar. Wir haben vom Flügel selbst gemacht. So, wir sind amicable. Wir sind die Maschine zu bauen. Wir sind so.... Wir sind so... Wir haben die Maschine zu erasmussen. Vielen Dank.